So, da bin ich auch wieder zurück. Diesmal, ihr seht schon, ich hab so ein bisschen meinen Spreanplan geändert wieder. Also, wir werden immer noch Mario Kart spielen, um Gottes Willen, aber ganz ohne Fortnite geht einfach nicht. Ich hab gestern nur so Spaß, weil Mario Kart nicht so gut lieb, in Lost Ark kam ich nicht rein, einfach Bock gehabt, ach komm, gehst denn, rette die Welt, sammelst du noch ein paar V-Bucks, gestern hatte ich glaube ich noch 1700 V-Bucks, heute hab ich gesehen, sind schon wieder Tagesaufgaben da, beziehungsweise V-Bucks-Aufgaben und für alle, die sich fragen, wie kommt ihr in rette die Welt, das haben sie ganz schön geändert. Ich sag nämlich auch, hey, warum ist rette die Welt weg? Einfach hier hin, dann hier auf Ender, also einmal hier auf Ändern, dann hier rette die Welt aussuchen, dann auf Spielen gehen und so kommt ihr auch dann wieder in rette die Welt rein. Und da werde ich dann auch schön entspannt meine V-Bucks einsammeln, ihr könnt gerne dabei sein, einfach auf Twitch vorbeischauen, Kart86, der Code ist natürlich schwierig, wieder wie immer in der Videobeschreibung und ihr werftet, ey, Stefan redest du denn mit mir? Dann seht ihr schon, warte, zack, 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 seht ihr noch nicht? Ja, da seht ihr das. Tausend Leute, ich gucke einfach, ob ich auf einen neuen Server draufkomme. Kann die mal die Klappe halten? Gestern hatte ich keinen Ton gesagt. Ich versuche halt einfach auf einen neuen Server draufzukommen, wenn ihr da Bock drauf habt, Mario Kart, Fortnite, vielleicht Lost Ark, keine Ahnung, ob so funktioniert. Dann, wie gesagt, einfach bei Twitch vorbeischauen und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann, hoppen dich auf Twitch. In dem Sinne, haut rein!